Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Wachstumschancengesetz und ob dieses einen neuen Schub für Unternehmen und Wirtschaft bedeutet. Wir sind heute mal zu zweit unterwegs. Von München aus zugeschaltet ist noch meine Kollegin Franziska Boyon. Hallo Franzi. Hallo. Mein Name ist Marke Hübner und ich befinde mich zusammen mit unserem Gast und auch mit Laura Spittmann, die heute die Steuerung der Technik übernimmt, im Herner-Studio. Doch bevor wir gleich zu unserem heutigen Gast kommen, erst einmal zu dir, Franzi, hol uns doch bitte einmal ab. Worum geht es in der heutigen Folge jetzt genau? Ja, Ende März 2024 wurde das, und jetzt sage ich mal den genauen Titel, Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness verkündet, wenn auch deutlich abgeschwächt. Es umfasst mittlerweile ein Volumen von 3,2 Milliarden Euro. Und Ziel des Gesetzes ist es unter anderem, dass Unternehmen langfristig mehr investieren und die Bedingungen für Innovationen deutscher Unternehmen verbessert werden. Da gehen wir später noch näher drauf ein. So soll auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt werden. Das Steuersystem soll vereinfacht werden und Deutschland damit generell attraktiver für Unternehmen machen. Um all das zu leisten, sieht das Gesetz verschiedene Einzelmaßnahmen vor. Dazu gleich mehr. Und unser Gast heute ist Dennis Giels. Dennis ist Diplom-Finanzwirt und tätig in der Finanzverwaltung. Er hat das Steuerberater-Examen erfolgreich abgelegt und ist Dozent für Steuerrecht. Außerdem ist Dennis Autor für NBB und Kiel, zum Beispiel für die Zeitschrift Die Steuerfachangestellten. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Hallo Marco, hallo Franzi. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön. Ja, ich steige mal ein. Wir haben den ersten Block unterschrieben mit der lange Weg zum Gesetz. Es liegt ja ein besonders langes Gesetzgebungsverfahren hinter uns. Wie kam es denn dazu? Kannst du ein bisschen was zum Ablauf des Verfahrens erzählen? Da müssen wir tatsächlich jetzt ein bisschen zurückspringen in den Sommer 2023. So lange geht es dann also schon her. Im Juli ungefähr gab es den Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz. Also quasi das erste Mal, dass dieses Papier das Licht der Welt erblickt hat, sozusagen. Mit ungefähr 280 Seiten war das auch recht ordentlich vom Umfang. Und es war angedacht, dass das Ganze ein Entlastungsvolumen von ungefähr 7 Milliarden Euro hat. Roundabout 7 Milliarden Euro. Im November 2023 ging dann nach vielen Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und Änderungen das Ganze in den Bundestag und wurde dann aber schlussendlich vom Bundesrat abgelehnt. Das heißt, wir brauchten ein Vermittlungsverfahren. Und dieses Vermittlungsverfahren im Vermittlungsausschuss, das zog sich dann tatsächlich bis ins Jahr 2024. Sodass wir erst im Februar 2024 den Vermittlungsausschuss beenden konnten. Und das Gesamtvolumen dieses Gesetzes dann von ungefähr 7 Milliarden auf nur noch die von dir eben genannten 3,2 Milliarden Euro eingestampft haben. Dazu kam dann noch, dass viele Maßnahmen aus dem Gesetz gestrichen wurden oder modifiziert wurden. Und manche Dinge tatsächlich auch in andere Gesetze noch ausgelagert werden mussten, weil diese unbedingt auch noch im Jahr 2023 in Kraft treten sollten. Da war zum Beispiel das sogenannte Kredit-Zweitmarkt-Förderungsgesetz, wo dann noch die ein oder andere Regelung eingeschoben wurde. Im März 2024 und alle, die irgendwie in der Steuerwelt aktiv sind, haben aufgeatmet, gab es dann schlussendlich unser Wachstumschancengesetz. Den etwas sperrigem Titel hast du eben auch schon genannt, Franzi. Genau. Insgesamt muss man sagen, dass das Verfahren schon sehr lang und sehr unübersichtlich war und jeder, der irgendwie in der Steuerwelt aktiv ist, da doch vor Herausforderungen stand. Natürlich Herausforderungen in der Steuerberatung, Herausforderungen in der Finanzverwaltung, bei Fortbildungen eigentlich überall. Jeder, der irgendwie damit zu tun hatte, auch hier im Verlag natürlich, was das Ganze natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen spannend macht, aber auf der anderen Seite auch immer ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. In der Vorbereitung hast du uns ja grob Themen genannt, über die wir jetzt sprechen wollen. Das Gesetz umfasst ja verschiedene Einzelmaßnahmen, haben wir gerade schon gesagt. Unter anderem sprechen wir auch gleich über Abschreibungen, über Renten und so weiter. Warum hast du dich denn eigentlich genau für diese Maßnahmen entschieden? Gibt es dafür einen speziellen Grund? Gibt es da vielleicht die meisten Änderungen in den Bereichen oder warum war das so? Ja, also an und für sich ist das Wachstumschancengesetz tatsächlich sehr, sehr breit gefächert. Also wir sprechen da eine ganz große Bandbreite von Einzelsteuergesetzen an. Das geht so von, ich sage mal ganz allgemein, das Ertragssteuerrecht über das Umsatzsteuerrecht, die Abgabenordnung. Da ist also alles irgendwie so ein bisschen von betroffen. Die meisten Änderungen, also von der numerischen Anzahl her, hat das Einkommensteuergesetz. Weshalb wir uns auch da heute dann den Großteil der Änderungen so ein bisschen rauspicken. Okay, verstehe. Okay, dann lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir fangen ja eigentlich meistens immer am Anfang mit so ein bisschen ein paar Fragen zum Hintergrund an, Definitionen und so weiter. Sag doch nochmal in drei Sätzen, was genau ist das Wachstumschancengesetz? Das Wachstumschancengesetz ist eigentlich eine Initiative der Bundesregierung, die man im Prinzip mit drei oder vier Schlagworten so ein bisschen umschreiben kann. Es geht zum einen um Liquidität, Innovation, Investition und natürlich auch irgendwo den demografischen Wandel. So ein bisschen als Auswirkungen der ganzen Krisen in den Jahren 20 bis 22 wollte man einfach versuchen, der Wirtschaft und auch den Privatleuten allgemein so ein bisschen den Schub an die Hand zu geben und einfach die besagten Themen so ein bisschen fördern. Und welche Bereiche betrifft das jetzt genau? Jetzt haben wir gerade von Franzi auch schon welche gehört mit Rente, glaube ich, hattest du schon gesagt. Was genau ist betroffen? Ein ganz großes Thema ist natürlich, wenn wir jetzt beim Einkommensteuerrecht so ein bisschen bleiben wollen, das Thema Abschreibungen, das Thema Liquidität, was natürlich durch Abschreibungen auch irgendwie so sichergestellt wird. Die Unternehmer schaffen es natürlich dadurch, den Cashflow hochzuhalten. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, was die Bundesregierung damit zumindest auf Unternehmerseite irgendwie erreichen wollte. Und auf Seite der, ich nenne es mal einfach der Privatperson, ging es so ein bisschen darum, Erleichterungen, Vereinfachungen und auch hier natürlich auch da so ein bisschen mehr Cash in die Tech, wie man so schön sagt, zu bringen. Sag mal, es war ja mal eine Investitionsprämie im Gespräch, um klimafreundliche Umstrukturierung zu ermöglichen, also den Unternehmen zu ermöglichen. Warum wurde diese dann wieder gestrichen? Die wurde doch gestrichen, oder? Genau, die wurde gestrichen. Das ist tatsächlich schlussendlich einfach nur an Finanzierungsfragen gescheitert. Man hatte da ganz schöne, tolle Ideen, indem man einfach gesagt hat, die Unternehmen bekommen die Möglichkeit oder bekommen den steuerlichen Anreiz, dass wenn sie neue Wirtschaftsgüter anschaffen oder irgendetwas tun, was den Emissionsausstoß verringert, bekommen sie steuerliche Anreize dafür. Aber die Finanzierung ist dann zwischen Bund, Ländern und Kommunen irgendwie, hat das alles so nicht geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dieser Vermittlungsausschuss, der dann über den Winter, sage ich mal, getagt hat, von 23 nach 24, der hat dann diesen ganzen Passus einfach wieder rausgestrichen. Okay. Welche Bereiche wurden eigentlich noch gestrichen oder welche Gesetze? Du hattest vorhin schon, oder Bestandteile, du hattest vorhin noch einen anderen Bereich genannt. Jetzt haben wir über diese Klimaprämien, nenne ich es mal, gesprochen. Was für Bereiche sind davon noch betroffen? Das waren tatsächlich ganz vielfältige Bereiche. Wenn du dir mal anschaust, das ursprüngliche Entlastungsvolumen, 7, oder roundabout 7 Milliarden. Ja. Schlussendlich bleiben dann noch 3,2 Milliarden übrig. Ja, weniger als die Hälfte. Also weniger als die Hälfte, nur vom Volumen her. Da ist also ganz schön viel zusammengestampft worden. Jede Menge Einzelmaßnahmen, gerade so im Bereich Vereinfachungen, ich sage mal, was die Privatleute angeht, irgendwie eine Vereinfachung bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, eine Steuerfreiheit oder Anpassen von verschiedenen Pauschalen. Teilweise hat man Dinge, die man angepasst hat, auch anders angepasst, als es ursprünglich gewollt war. Also da war irgendwie die ganze Bandbreite der gesetzgeberischen Möglichkeiten, die man da ausgeschöpft hat. Dann kommen wir mal zu den Bereichen, die wir ansprechen wollen. Und zwar beginnen wir mal mit dem Thema Geschenke, die ja bekanntlich nicht nur die Freundschaft erhalten, sondern auch die Geschäftsbeziehungen. Was hat sich denn in diesem Bereich getan? Ja, bei den Geschenken, gerade so im Bereich Geschenke an Geschäftspartner oder Geschenken an Kunden, war es immer so oder ist es nach wie vor so, dass der Abzug der Aufwendungen nur eingeschränkt möglich ist. Da gab es also bisher immer eine Grenze von 35 Euro. Die hat man angepasst, die hat man angehoben. Ab dem 01.01.2024 liegt die jetzt bei 50 Euro. Also ich kann an meine Kunden, an meine Geschäftspartner, denen kann ich was schenken, eine Aufmerksamkeit, unentgeltlich natürlich, keine Leistung oder sowas, sondern einfach eine Aufmerksamkeit, eine Flasche Wein zum Beispiel oder irgendwie sowas, bis zum Wert von 50 Euro und die darf ich dann auch als Unternehmer, als Betriebsausgaben abziehen. Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Da hat man das eben nach oben angepasst. Wichtig vielleicht noch, es ist nach wie vor eine Freigrenze. Das heißt, wenn ich über diesen 50 Euro bin, dann ist der volle Betrag nicht mehr abziehbar. Bin ich da drunter, ist aber nach wie vor alles in Ordnung. Und das macht man, um eben Geschäftsbeziehungen zu stärken. Wahrscheinlich, das ist die Idee dahinter, ne? Genau, wenn du dir überlegst, einen guten Kunden, dem schenkt man vielleicht mal zu Weihnachten oder so eine Flasche Wein oder irgendein Präsent, irgendwie was Kleines. Diese Geschichten soll man zumindest auch in einem gewissen Grad irgendwie steuerlich auch Berücksichtigung finden dürfen. Genau, um das zu unterstützen. Okay, danke. Dann kommen wir mal zu den Blockabschreibungen. Da gehen wir jetzt auch etwas länger drauf ein. Erstmal vielleicht die Frage, welche Arten der Abschreibung gibt es? Vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen und dann habe ich auch noch eine Anschlussfrage. Aber welche Arten der Abschreibung gibt es überhaupt erstmal? Ja, so ganz generell kann man da unterscheiden zwischen der linearen Abschreibung und der degressiven Abschreibung. Linear heißt im Prinzip einfach gleichbleibend. Man hat beispielsweise einen festen Prozentsatz, den man über die Nutzungsdauer einfach anwendet. Was weiß ich, 2%, 3%, 5%, irgendwie sowas. Der Unterschied dazu, die degressive AFA, die ist am Anfang höher und wird dann über die Jahre aber immer wieder niedriger. Okay, und was hat sich jetzt in diesem Bereich geändert? Da hat sich tatsächlich relativ viel getan im Bereich Abschreibungen. Wir wollen vielleicht einfach mal anfangen mit der normalen degressiven Abschreibung für die sogenannten beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Da kann man jetzt das Zweifache der linearen Abschreibung ansetzen, also quasi das Doppelte, allerdings begrenzt auf einen Maximalbetrag von 20%. Problematisch, in Anführungszeichen, durch unser Gesetzgebungsverfahren, dass wir da gewisse Fristen bekommen haben, ab wann das nur geht. Das ist also nicht dauerhaft möglich, sondern die Anschaffung dieses Wirtschaftsguts, was ich dann schlussendlich abschreiben möchte, muss zwischen dem 1.4.24 und dem 1. Januar 25 passieren. Also ich habe quasi einen neunmonatigen Korridor und nur wenn ich in der Zeit als Unternehmer oder als Selbstständiger mir ein Wirtschaftsgut anschaffe, dann bekomme ich die Möglichkeit, das auch in dieser besonderen Form abzuschreiben. Wer also bisher gewartet hat, entweder weil es vielleicht vom Geld her schlecht war oder aus sonstigen Gründen, der hat vielleicht sogar jetzt einen Vorteil, wenn er sich bis Ende des Jahres noch dazu entscheidet zu investieren, dann kann das durchaus Sinn machen, auch diese degressive Abschreibung zu nutzen. Okay. Sag mal, nicht nur Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens lassen sich degressiv abschreiben. Auch im Bereich Wohngebäude besteht ja solch eine Möglichkeit. Gibt es da Voraussetzungen oder welche Voraussetzungen gestehen denn da? Und wie viel kann ich dort abschreiben, so generell? Ja, also interessant ist das Ganze, weil es für Gebäude gilt, die innerhalb der EU und der EWR sind. Also es ist nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern der Rahmen ist da ein bisschen größer. Du hast eben schon gesagt, es gilt für Wohngebäude, das heißt, das Gebäude, um das es geht, das muss Wohnzwecken dienen. Müssen Leute drin wohnen oder wohnen können. Und es muss vom, ich nenne ihn jetzt einfach mal vom Steuerpflichtigen, hergestellt werden oder aber bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft werden. Das sind so die Voraussetzungen. Auch hier bekommen wir wieder eine zeitliche Komponente, die das Ganze nicht so ganz einfach macht. Denn diese Herstellung, also wenn er das Gebäude selbst errichtet, selbst baut, muss nach dem 30.09.2023 und vor dem 01.10.2029 begonnen werden. Bei der Anschaffung geht es im Prinzip nur um den Abschluss des obligatorischen Vertrags, also des Kaufvertrags, des Notarvertrags, der auch in diesem Zeitraum gemacht werden muss. Okay, jetzt haben wir neben den Wohngebäuden, also die Abschreibung für Wohngebäude, auch noch die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Ja, lass mich noch gerade kurz erzählen, wie hoch denn die Abschreibung überhaupt ist. Ach so, stimmt, das habe ich auch gefragt. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das war deine Ausgangsfrage. Genau, wir können abschreiben, 5 Prozent. Das ist das Schöne vom jeweiligen Buchwert, also auch eine Art degressive Abschreibung. Wir würden also beispielsweise anfangen, nehmen wir mal an, wir können 100.000 Euro abschreiben, davon 5 Prozent, das wären 5.000 Euro. Dann können wir im nächsten Jahr dann aber nicht mehr von den 100.000 Euro abschreiben, sondern nur noch von den 95.000. 95.000, 5 Prozent, das sind 4.750. Dann bleiben im nächsten Jahr noch übrig 90.250, davon wieder 5 Prozent. Das ist so das System dieser degressiven Abschreibung. Besonderheit, im Jahr, in dem ich das Gebäude anschaffe oder herstelle, funktioniert die Abschreibung nur zeitanteilig. Da bekomme ich also nicht diese vollen 5 Prozent, sondern ich muss mir angucken, wie viele Monate im Jahr habe ich das Gebäude denn jetzt wirklich genutzt. Fünf Monate, acht Monate, so wird das irgendwie aufgeteilt. Und eine Besonderheit ist, ich kann wechseln zwischen dieser degressiven Abschreibung und der linearen Abschreibung. Ich habe da ein Wahlrecht. Der Gesetzgeber erlaubt mir, wenn es irgendwann mal günstiger ist, auf meine lineare Abschreibung umzuswitchen. Wann das günstiger ist, das kann man sich mit einer relativ einfachen Formel herleiten, indem man einfach sagt, die Jahre, die Nutzungsdauer, wenn ich es beispielsweise normalerweise mit 3 Prozent abschreiben würde, wären das 33,33 Jahre, bis 100 Prozent abgeschrieben sind. Also Nutzungsdauer plus 1, minus 20. Die ist ja also, rein rechnerisch wäre nach 15 Jahren, Besonderheiten mal außen vor gelassen, dieser Wechsel für mich am günstigsten. Okay. Und jetzt waren wir gerade schon mit dem Mietwohnungsneubau. Halt, da gibt es auch eine Sonderabschreibung. Wie ist es damit und kann man das kombinieren dann? Ja. Ja, genau. Ja, jetzt darf man sich nicht verwirren lassen, denn auch für diesen Mietwohnungsneubau gibt es 5 Prozent Sonderabschreibung. Also diese 5 Prozent tauchen mehrmals da auf. Allerdings gibt es diese Sonderabschreibung nur für vier Jahre. Vier mal fünf Prozent. Und das, was ich gerade eben erzählt habe mit diesem Zeitanteilig im Jahr, wo es losgeht, das gibt es hier nicht. Hier gibt es einfach nur ganz starr vier mal fünf Prozent. Wir bekommen aber auch hier nochmal ein paar spezielle Voraussetzungen. Einmal auch wieder so eine zeitliche Komponente, aber auch nochmal eine Komponente, was das Gebäude selbst betrifft und eine Komponente, was auch die Kosten angeht. Klar, Kosten spielen immer irgendwo eine Rolle, denn man möchte hier keine Luxuswohnungen irgendwie fördern, sondern man möchte Wohnungen für den Otto-Normalverbraucher irgendwie schaffen. Was heißt jetzt diese zeitliche Komponente? Wir brauchen Mietwohnungsneubau, hast du eben schon gesagt. Wir brauchen also Wohnungen, die neu geschaffen werden. Und diese Wohnungen müssen neu geschaffen werden aufgrund einer Baumaßnahme, die auf einen Bauantrag zurückgeht, der nach dem 31.12.22 und vor dem 1.10.29 gestellt worden ist. Diese Fristen sind jetzt im Zuge des Wachstumschancengesetzes nochmal ein bisschen ausgeweitet worden. Dieses Gebäude, ich bleibe jetzt mal bei der Wohnung, in dem die Wohnung liegt, dem muss die Kriterien des sogenannten Effizienzhaus 40 erfüllen. Dafür braucht man dann auch einen Nachweis, eine Bescheinigung. Und es muss insgesamt zehn Jahre im schlechtesten Fall, also das Gesetz spricht vom Jahr der Anschaffung und neun weiteren Jahren, zu Wohnzwecken dienen. Klar, der Gesetzgeber möchte Mietwohnungsneubau fördern. Also sagt er, dann bitte auch mindestens zehn Jahre lang irgendwie Wohnzwecken dienen, das Ganze. Und diese Kostengrößen, die ich gerade angesprochen habe, da gibt es einmal die sogenannte Baukosten-Obergrenze und es gibt einmal eine Grenze für die Bemessung meiner Abschreibung. Kosten darf das Ganze höchstens 5.200 Euro pro Quadratmeter und für meine Abschreibung gilt der Deckel bei 4.000 Euro. Okay. Jetzt habe ich noch einen Punkt, Sonderabschreibung, und zwar, es gibt eine Sonderabschreibung für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Was ist das? Vielleicht erste Frage, ganz kurz. Ja, also wir unterscheiden ganz grundsätzlich mal zwischen abnutzbar und nicht abnutzbar. Wenn wir das vielleicht mit Leben füllen wollen, abnutzbar ist zum Beispiel eine Maschine, ganz klassisch, oder irgendwie ein Pkw. Nicht abnutzbar wäre zum Beispiel der Grund und Boden, der einfach keinem Verbrauch unterliegt. Und beweglich und unbeweglich, das können wir quasi in die gleiche Kategorie irgendwie einteilen. Beweglich wäre dann auch beispielsweise eine Maschine oder der Pkw und unbeweglich Grund und Boden. Okay. Okay. Und auch hier hat sich die Höhe ja verdoppelt. Das heißt, was genau? Genau. Es gibt nochmal eine zusätzliche Sonderabschreibung, die immer so ein bisschen in dem Dunstkreis Investitionsabzugsbetrag mitschwirrt. Einfach nur, weil es auch innerhalb der gleichen Norm geregelt wird. Es war also bisher so, dass man diese Sonderabschreibung für die gerade genannten abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von 20% vornehmen konnte. Dafür hatte man einen Korridor von fünf Jahren. Und innerhalb dieser fünf Jahre konnte ich das im Prinzip verteilen, so wie ich lustig war. Konnte also zum Beispiel sagen, im ersten Jahr 2%, im zweiten Jahr 7%, im dritten Jahr 8%. Jetzt habe ich vergessen mitzurechnen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel übrig ist. Und diese 20%, die hat man aber quasi verdoppelt. Also auf 40%. 40%, aber auch hier wieder, zeitliche Komponente. Immer erst dann, wenn das Wirtschaftsgut quasi ab dem 01.01.2024 angeschafft worden ist. Okay. Dann würden wir jetzt mal noch zum Thema private Veräußerungsgeschäfte übergehen. Da habe ich auch eine Frage mitgebracht. Und zwar kann ja ein solches Veräußerungsgeschäft auch unter Umständen eine Steuerpflicht bedeuten? Wann ist das denn der Fall und wen betrifft das? Der klassische Fall oder der lehrbuchmäßige Fall, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist die Veräußerung von einem Grundstück, was ich selbst nicht nutze. Man hört da öfters mal so diese Spekulationsfrist, zehn Jahre. Man spricht manchmal auch von Spekulationssteuer. Das Wort hört man auch manchmal. Das ist im Prinzip damit gemeint. Wenn ich innerhalb von zehn Jahren ein Grundstück kaufe, das nicht selber nutze und dann wieder verkaufe und damit einen Gewinn erziele, dann habe ich ein sogenanntes, das ist der steuerrechtliche Begriff, privates Veräußerungsgeschäft. Das betrifft aber jetzt nicht nur Grundstücke. In der neueren Zeit, so würde ich es mal einfach sagen, gilt das auch für Bitcoins. Und da sind es aber nicht zehn Jahre, sondern da ist die Frist ein Jahr. Wenn ich also innerhalb eines Jahres Bitcoins kaufe und mit Gewinn wieder verkaufe, dann kann es sein, dass ich ein sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft habe und die Gewinne daraus versteuern muss. Okay, verstehe. Zum Thema Renten, das hatten wir vorhin auch angesprochen. Wir springen jetzt hier ganz schön in den Themen, aber es sind auch echt viele einzelne interessante Punkte gewesen. Beim Thema Renten ist es ja so, dass das jetzt viele Jahre lang nicht so unbedingt mit dem Begriff Wachstum verbunden war. Was hat sich denn hier jetzt erstmal genau geändert? Da vielleicht auch nochmal so ein klein bisschen raus aus dem Wachstumschancengesetz, was bei den Renten ganz interessant ist. Zum 01.07.2024 sind die Renten erstmals in Ost und West gleich hoch gestiegen. Sonst gab es da immer so eine Diskrepanz. Dieses Jahr gibt es dann aber für alle sozusagen 4,57 Prozent mehr an Rente. Was jetzt das Steuerliche angeht, da müssen wir auch nochmal so einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit machen. Diejenigen, die vielleicht schon länger im Steuerrecht unterwegs sind, die werden sich noch daran erinnern können. Wir müssen zurück ins Jahr 2005 und auf das sogenannte Alterseinkünftegesetz, was damals die Besteuerung von Renten neu geregelt hat. Im Prinzip, das große Stichwort, das dem dahinter steht, ist die nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, dass man im Jahr 2005 angefangen hat und gesagt hat, Renten sind zu 50 Prozent der Steuer zu unterwerfen und dem dann auch zu 50 Prozent steuerfrei. Und dieser Prozentsatz von 50 Prozent, der ist jedes Jahr angestiegen. Also wenn ich 2006 beispielsweise in die Rente gegangen bin, dann waren es schon 52 Prozent. Und so ist das immer weiter um 2 Prozent jedes Jahr gestiegen. Ich musste also immer mehr von meiner Rente der Steuer unterwerfen. 2020 hat sich das dann das erste Mal geändert, dass dieser Anstieg von 2 Prozent sich abgemildert hat auf 1 Prozent. Wer also dann beispielsweise 2023 in Rente ging, der war bei 83 Prozent steuerpflichtiger Rente, 2024 84 Prozent, 2025 85 Prozent und so weiter. Und diese Anhebung, diese prozentuale Anhebung von einem Prozent, die hat man jetzt nach unten korrigiert. Das erhöht sich jetzt nur noch um ein halbes Prozent jedes Jahr. Das heißt also, wer 2023 in Rente gegangen ist, der muss jetzt noch 82,5 Prozent der Rente versteuern. Wer 24 in die Rente geht, 83 Prozent, 25, 83,5 Prozent und so weiter. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass anstatt im Jahr 2040, wo ursprünglich mal 100 Prozent der Rente der Steuer unterworfen werden mussten, das Ganze jetzt erst im Jahr 2058 passiert, also 18 Jahre später. Okay, das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Anschlussfrage gewesen, wie hoch diese geringere Besteuerung sozusagen ausfällt. Also man kann sich merken, es steigt einfach zu einem geringeren Prozentsatz an, als es mal vorgesehen war. Ja, genau. Genau. Jetzt hattest du noch mitgebracht, die Frage in Anlehnung an den langsameren Anstieg. Bei der Rentenbesteuerung wird ja auch der Anstieg des anzuwendenden Prozentsatzes beim Altersentlastungsbetrag halbiert. Wie wirkt sich das dann jetzt insgesamt aus? Den Altersentlastungsbetrag, den gibt es ja grundsätzlich erst, wenn man das 64. Lebensjahr vollendet hat, also dann ab dem folgenden Jahr. Und das ist ein gewisser Prozentsatz der Einkünfte, der sich nach gewissen Parametern berechnet. Es gibt entweder diesen prozentualen Höchstbetrag oder auch einen absoluten Höchstbetrag, den ich als Altersentlastungsbetrag quasi steuermindernd abziehen kann. Auch hier können wir wieder in das Jahr 2023 gehen. Diese Minderung, oder ich muss es anders formulieren, der Altersentlastungsbetrag, diese Höhe, die ich abziehen konnte, die hat sich jedes Jahr vermindert. Das wurde also ähnlich wie die Rente in der Besteuerung erhöht wurde, ging dieser Altersentlastungsbetrag immer runter. Also prozentual hieß das, jedes Jahr 0,8 Prozent und nominell jedes Jahr 38 Euro. Und jetzt hat man aber beide Größen ab dem Jahr 2023 nochmal reduziert. Anstatt 0,8 Prozent sind es jetzt nur noch 0,4 Prozent, also halbiert. Und auch diesen nominellen Betrag, diese nominelle Senkung von jährlich 38 Euro auf 19 Euro eingestampft. Und auch das führt dann dazu, da kommen wir wieder auf das Jahr 2058, das, was wir gerade schon bei den Renten gehört haben, dass 2058 dann gar kein Altersentlastungsbetrag mehr da ist. 0 Prozent und natürlich auch dann 0 Euro in der nominellen Höhe. Okay. Gut, dann muss ich gucken auf meinen Zettel. Ich habe noch einen Punkt und zwar die Grenzen der Buchführungspflicht und die Ist-Besteuerung. Vielleicht zuerst, was genau ist die Ist-Besteuerung? Das ist eigentlich ein Begriff, der aus der Umsatzsteuer kommt. In der Umsatzsteuer unterscheiden wir fachbegrifflich die Soll- und Ist-Versteuerung, also die Versteuerung nach Vereinbarten oder Vereinnahmtenentgelten. Und diese Ist-Versteuerung, das ist die Versteuerung nach Vereinnahmtenentgelten, das heißt im Prinzip nichts anderes als, dass meine Umsatzsteuer, die ich als Unternehmer ja ans Finanzamt bezahlen muss schlussendlich, dass ich die erst dann bezahlen muss, wenn ich auch wirklich das Geld von dem Kunden erhalte. Und nicht, wie bei der Soll-Versteuerung, da eventuell, wenn mein Kunde vielleicht nicht so pünktlich zahlt, da in Vorleistung treten muss. Ist also für mich eher positiv als Unternehmer. Okay, das heißt, das Ganze ist interessant für allejenigen, die bisher eine Einnahmeüberschussrechnung gemacht haben. Jetzt gibt es neue Grenzen zur Buchführungspflicht. Wer fällt darunter und was hat sich durch das Versteuerungschancengesetz denn jetzt hier genau geändert? Also ganz grundsätzlich, diese Buchführungspflichten, diese steuerlichen Buchführungspflichten, die kommen aus der Abgabenordnung. Und da fallen grundsätzlich mal drunter gewerbliche Unternehmer und Land- und Forstwürte. Da gab es bisher zwei Grenzen, wann ich buchführungspflichtig bin nach den Steuergesetzen. Das war einmal eine Umsatzgrenze, die besagte 600.000 Euro Umsatz im Jahr. Darüber werde ich buchführungspflichtig oder alternativ 60.000 Euro gewinnen. Jetzt hat unser Wachstumschancengesetz diese Grenzen aber im Zuge einer Steuervereinfachung oder Bürokratieentlastung, wie auch immer man es nennen möchte, nach oben gesetzt und hat gesagt, diese Grenze 600.000 Euro Umsatz wird zu 800.000 Euro Umsatz und die Grenze 60.000 Gewinn wird zu 80.000 Gewinn. Das Ganze aber erst für Wirtschaftsjahre oder Geschäftsjahre, die ab dem 01.01.2024 beginnen. Gut, dann haben wir uns ja am Anfang mal generell mit dem Wachstumschancengesetz beschäftigt, haben uns jetzt ein paar Einzelpunkte daraus angesehen und jetzt vielleicht zum Ende der Sendung vielleicht ein kurzes Fazit. Also im Titel der Folge haben wir ja die Frage gestellt, neuer Schub für Unternehmen und Wirtschaft. Ist das denn jetzt so, Dennis? Bringt das Wachstumschancengesetz einen Schub für Unternehmen? Ich glaube, man muss zunächst mal froh sein, dass man es überhaupt geschafft hat, nach diesem langen Verfahren das Gesetz überhaupt ins Licht der Welt zu bringen sozusagen, dass wir überhaupt ein Gesetz haben. Wir haben ja eben auch schon gehört, von ungefähr 7 Milliarden Entlastungsvolumen sind schlussendlich noch 3,2 Milliarden übrig geblieben. Das ist, glaube ich, schon eine kleine Enttäuschung, weil man die Chance gehabt hätte, hier wesentlich mehr zu machen, sowohl für Unternehmer als auch für Privatpersonen. An und für sich ist es, glaube ich, aber eine gute Sache, dass man den Willen gezeigt hat, von gesetzgeberischer Seite etwas zu tun. Aber mehr geht natürlich immer, ja. Alles klar, gutes Schlusswort. Okay, jetzt, Franzi, haben wir noch Hinweise, Shownotes, irgendwas? Ja, einmal nochmal der Hinweis, dass Dennis ja Autor bei der Zeitschrift die Steuerfachangestellten ist. Das ist eine Zeitschrift von Thiel. Das verlinken wir auch in den Shownotes, beziehungsweise verweisen darauf gerne nochmal und auch auf seinem LinkedIn-Profil und so weiter. Und bei nbb.de findet ihr natürlich auch verschiedene Artikel zu den wichtigsten Änderungen zum Wachstumschancengesetz und natürlich auch in der Datenbank. Genau, deswegen schaut da gerne mal rein. Okay, damit, würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung angekommen. Bedanken uns bei dir, Dennis. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir bedanken uns natürlich zusätzlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Kommentarallart oder schreibt uns gerne auch einfach an steuerbar.nbb.de. Und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube, Stern im Podcastplayer und wo immer ihr uns auch hört. Damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Ciao. 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 ия